Minecraft-mäßig guten Tag meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Server Show. Ihr seht, dass fast alle meine Sachen weg sind. Schwert etc. und so. Der Turm sieht ein bisschen anders aus. Und der Zaubertisch steht da und hier ist das Teil. Das liegt alles daran, dass wir einen kleinen Brand-Fail hatten. Nein! Hopf ran! Warum macht ihr denn bitte schon die Hunde daneben? Und hier ist auch noch ein fucking Keeper! Schnell hol ich! Nein! Schnell, schnell bau ihr zu! Ich hasse euch! Ich hasse die Creeper! Äh, noch ist da nicht zugebaut. Ist mir scheißegal! Nein! Das Schwein muss leben! Lebe! Schwein! Nein! Nein! Zwei! 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 Wo sind... Mann, Alter! Das ist ja richtig schade! Du darfst dich nicht in Game-Mode setzen! Das ist toll! Das ist echt toll, Leute! Wir hören mit Servershow, wir machen ein neues Projekt! Morgen kommt dann ein anderes Projekt. Äh, nächste Woche kommt dann ein anderes Projekt. Ich hab kein Bock mehr auf Servershow. Jetzt explodieren auch noch mehr, Mann! Was ist denn das? Alles Erfahnte! Geh rein und rette doch die Kisten vielleicht, Mann! Nein! Und deswegen gedacht haben, wir renovieren alles. Aber wir haben uns keine Items gegeben. Also nicht, dass wir jetzt denken, wir haben keine Items gegeben. Meine Baum sind getroffen. Scheiße, Spaß! Dislike! Äh, Diabo! Nein, aber... Alter, hier sind ja richtig viele Sachen! Alles Eisen sich weg! Ich hatte 30 Eisen! Weg! Alle Eisenblöcke! Weg! Wir haben nichts mehr! Wir haben keine Eisen mehr! Wir haben keine Eisensachen mehr! Alles weg! Alter! Nur dadurch, dass ich gestorben bin! Ups! Ich hab jetzt ganz umsonst Minecraft beendet, weil wir mit meiner Warte die Batterie rauskürzt! Nein! Wir haben nur noch 9 Eisen! Was? Ach ne, wir haben noch 24! Und noch 40 Eisen Eisen. Aber trotzdem! 30 Eisen sind weg! Mein OP Eisenschwert weg! Zum Glück hab ich noch ein Eisenschwert zu verziehen! Äh, ist das vielleicht verschwunden? Ich hör gerade in Silber für Scheiße! Bist du vielleicht durch den Krieger explodiert? Mal? Ja! Vielleicht ist er bei der Explosion... Ich weiß nicht! Nein, er ist explodiert und ich bin gestorben! Ich weiß ja nicht, ob Items auch... Hä, Items explodieren doch nicht später! Nein, er... Hm! Oh mein Gott! Wir müssen immer noch die Bürgermeister wählen! Wir müssen immer noch die Bürgermeister wählen! Das sind die Folge haben wir dir! Oh Gott! An meine... An meine Kiste! Hä? Mein Schwert ist weg! Ich wollte unser Hauptpost werden gerade ab! Wer hat mein Schwert?! Ich war so frei! Okay! Hast du mein Schwert mitgenommen? Ja, mein Schwert ist auch weg! Wormus! ALTER! Was? Unser Baumhaus, du Spasti! Hä? Willst du mich verarschen? Wir geben dir ein Feuerzeug ganz nett hier so! Nimm das! Jetzt hast du unser... Äh, der Baum war komplett zerstört! Ah doch, mein Schwert ist noch nicht weggegangen! Darunter wollte ich neu pflanzen! Egal! Jetzt lassen wir es brennen! Ja! Und das ist das verfallene Baumhaus! Oder lass es so! Das sieht sogar cool aus! Kann man so machen wie sonst... Altes Baumhaus! Aber bitte pass auf, dass nichts anderes kaputtet! Ja, sieht schon irgendwie geil aus! Sollen wir da unten vielleicht noch so ein Holzpanzbuch bauen, so dass es so ein zerfalltes Baumhaus da steht? Könnten wir machen! Aber erst später! Okay! In dieser Folge wählen wir die Bürgermeister! Also jeder von euch kann hingehen und euren Bürgermeister wählen! Ey, Anja, guck! Komm mal kurz an dein Feuerleiten! Ich will dir was besprechen! Okay! Und ein Ordnungsweater wird auch... Soll ich nur geladen! Achso... Ich werde auf jeden Fall jetzt in dem... ein Buch mit Federmeinen verbruchen! Tadadaaa! Äh... Für den, ähm... Was soll ich hier? Soll ich hier richten, ja? Und, ey, du belegst beide Posten, okay? Du wirst der Nächste sein. Keine Sorge, du wirst der Nächste sein. Ich war eine faire Wahl. Jeder kann wählen, wie er will. Aber er darf nicht sich selbst wählen. Und ohne signieren. Und ohne signieren, ja? So. Auf zur Wahl. Wir wählen mit Schwert. Demokratisch. Komm schon. Du bist doch ein Anhänger von mir, oder? Ich habe stärker Schwert mit besserer Wustung. Zwei Bücher darf man sich rausnehmen. Okay. Ich habe in eins reingeschrieben. Also, ich habe mit zwei für jeden. Ja, kannst du auch machen. Okay, ich habe es gemacht. Ich komme jetzt. Warte. Scheiße, wie bin ich hier hochgekommen? Ja, es macht keinen Sinn. Wie bin ich hier hochgekommen? Oh meinst. Ja. Packt's rein, wenn ihr fertig seid. Ich nehme mal ein zweites Buch mit raus. Und schreibe da auch noch was rein. Okay, ich habe meine Bücher fertig. Aber bevor es stattfindet, muss auch die Strafe. Und dann die Bücher einfach wieder reinpacken, ja? Ja. Ey, nicht rausnehmen. Ey, nicht die Bücher rausnehmen, Amorx. Ey. Hey, was tust du? Kann der Kopf bescheißt? Nein. Ich will dich vor dir schützen. Okay, jetzt können wir ja wählen. Ich wähle, okay? Ich mach das mal schon. Warte, nein, wir müssen doch erst noch die Verhaftung machen. Nein, wir machen das erst mal mit der Wahl. Okay, dann hol raus. Herzlich Willkommen zu der Wahl. Seid ihr bereit? Wer weiß, was denkt ihr? Wer wird der Wahlkönig? Wer schafft es zu gewinnen? Ich bin sicher nicht. Loser. Nun, stellt euch wieder auf eure Plätze. Nein. Ich hole alle Bücher raus und lese sie nun vor. Kommen wir zu Buch 1. Bürgermeister an Jakob. Ordnungshüter an Jakob. Juhu. An Jakob hat zwei Stimmen. Ey, wir hatten die abgebaut oder wir? Kommen wir zu Buch 2. Bitte nicht reingucken in Jakob. Wo reingucken? In mein Buch jetzt. Mach ich auch rein. Ich werd die nur abgebaut. Gamer Sott Bürgermeister. Okay. Kommen wir nun zum dritten Buch. Ich wähle an Jakob zum Bürgermeister. Scheiße, ich will Bürgermeister. Okay. Okay. Also an Jakob wurde zwei Stimmen für Bürgermeister. Erstmal machen wir Bürgermeister. Okay? Warte, ich bin gleich ja da. Ich muss kurz einmal Futter holen und dann muss ich mir auch noch was anderes holen. Kommen wir nun zum nächsten Buch. Nein, noch nicht weiter. Ordnungshüter soll Marmorx werden. Okay. Erst einstimmen. Und nun kommen wir zum letzten Buch. Warte noch nicht. Marmorx ist Ordnungshüter. Marmorx ist Ordnungshüter. An Jakob Bürgermeister. Ich hätte ja auch noch Fisch zum Ordnungshüter gemacht. Oh, hier ist noch ein Buch. Hier ist noch ein Buch. Warte kurz. Ich muss gucken. Bläh. Ich bin's. Der Spolze Meestre. Ich will, dass du Schiss hast vor mir. Bläh. Cool. Endlich mal einer, der unsere Sprache spricht. Nicht wahr? Hä? Wer kann es denn sein? Und wen wählt der? Niemand. Komm schon. Wir, mich. Du Bolzen. Du Bolzen-Dingsbums. Ach, warte kurz. Ich glaube, ich habe noch ein Buch. Warte kurz. Ich gucke kurz, ob ich noch ein Buch finde. Hä, warum habt ihr es so eingebaut? Wollte ich eigentlich nicht sein. Oh, ich habe gerade noch ein Buch gefunden. Warte kurz. Ich gucke mal kurz rein. Alter, es kann sein, dass du gerade wie bei manipulierst. Nein! Ich sehe doch hier ein Buch liegen. Boah, ich finde immer die ganze Zeit wirklich cool. Oh. Ich erzähle euch die Wahrheit. Also das eine Buch vom Spielemeister. Ja, das habe ich gefälscht. Das wollte ich einfach nur so zum Spaß machen. Aber deswegen habe ich hier das Richtige. Ordnungshüter. Anja kommt. Das ist eine schwere Wahl. Kommen wir nun zur Auswertung. Kommen Sie dazu bitte alle in meine Haushalte in die aller fast höchste Etage im Turm. Alle in die höchste Etage im Turm kommen bitte. Okay, also gibt es jetzt Stichwahlen zwischen Mamorks und mir im Ordnungshüter? Nein, kommen wir mit alle hier den Turm hin. Also wenn ihr da seid, dann könnt ihr mir sagen. Ich bin auf dem Weg. Ich benutze eins der Bücher, um da die Auswertung zu machen. Halt! Ich habe eine Auswertung schon geschrieben. Komm hier nicht hoch. Ich komme mal nach. Ich habe die Auswertung schon geschrieben. Na gut, dann gibts sie mir. Ja, dann mach ich. Ah, ich sehe euch. Seid ihr hier? Ja. Warte, hier. Oh, ich habe noch einen Armbus. Den muss ich weg machen. Den darf ich nicht benutzen. Den habe ich aus Versehen da. Aber jetzt. Okay, gib ich den mir. Nein! Mein, du kleiner Pisser! Pack das da wieder hin. Die erste Straftat von Ordnungshüter. Ja, Ordnungshüter geworden. Voll die Ordnung, oder? Ich glaube, es gibt in der nächsten Folge, wo wir noch mal wahlen. Ey, ich bin Bürgermeister. Ich bin Bürgermeister. Bürgermeister ist an Jakob. Ja! Gib mir das Buch. Ordnungshüter ist, ich verkünde nun feierlich, den Ordnungshüter ist, wir losen aus. Ich wusste doch noch was. Hä? Ich habe zwei Stimmen. Kennt jemand irgendein random Teil, wo man irgendwie herausfinden kann, wer wann wohin geht? Also, irgendwie sowas. Ich habe zwei Stimmen. Du vom Schwert geht runter, wenn ich auf dich einschlage. Ja, ich weiß, das habe ich auch schon gewonnen. Nein! Nein! Also, was ist... An Jakobs Nummer ist... An Jakob ist die Nummer eins. Mamux ist die Nummer zwei. Okay. Okay, jetzt gucken wir. Wer wird gewinnen? Was denkt ihr? Ja. Ich hoffe, ich hoffe, ich... Ich will Ordnungshüter sein. An Jakob hat... Ja! 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 Nein, nein, das ist voll unfair. Nein, das ist das random. Mach doch mal Bildschirmübertragung. Es macht aber trotzdem keinen Sinn. Wieso sollte es vier Stimmen geben? Leute, ich... Hallo, macht doch nicht das Glas kaputt. Ich werde euch jetzt... Ich habe jetzt, wenn ihr das seht, habe ich die Aufnahme hier rausgeschnitten. Deswegen werde ich euch das als Bild gleich einblenden. Also, ich werde euch diese Seite jetzt einblenden. Ähm, die ich hier... Wen wolltet ihr jetzt nochmal? Komm mal, komm mal. An Jakob. Nein, wir fangen jetzt an... Ich brauche dann wenigstens... Wir fangen jetzt an mit Mamux, okay? Hä, wieso nicht? Ich bin... ganz friedlich. Warte, hab ich... Warte, ich muss noch was holen, ich muss noch was holen dafür. Mamux. Ja, wollen wir es so machen, wir machen es ein bisschen fairer. Aber ich und du gehen ins Gefängnis. Ich kann eigentlich nicht durchlaufen. Okay. Führ mich einfach mal ins Gefängnis ab, okay? Warte kurz, ich muss... Also, du musst jetzt hier reinkommen und so... Warte, sie kommen jetzt mit oder so. Aber nun portet dich nicht. Ich habe nur ein Goldschwert und eine Karotte. Also ohne Essen. Wir brauchen dann... Hat jemand noch eine Kiste übrig? Ne. Vielleicht sollten wir dann noch eine Kiste aufstellen, wo wir dann immer von den... Leuten das Equipment reinpacken. Ja. Das wäre so. Warte, ich guck, ob ich noch eine finde. Nein, ich habe hier schon. Ja, ich habe eine, ich habe eine. Achso, okay. Dann fühl mich ab. Dann fühl mich ab. Warte. Ich bin dafür, dass wir ja Anja kommen müssen. Ja, warum mich? Mamux hat hier den Wald ganz schön abgebrannt. Der sieht aber schick aus. Leider hat er aber das Baumhaus mit ab. Sieht aber schön cool aus. Ich habe den Wald nicht abgebrannt. Nein, du hast ihn bald abgebaut, meine ich. Ja, ja. Ich bin immer noch dabei. Ähm, hallo? Kann jemand jetzt kommen? Ich will das... Ja, ich brauche wenigstens noch meine Patente. Aber ich habe jetzt nur den Haftbefehl für Mamux. Ich muss noch einen für dich machen. Nein. Für was verurteilen wir dich denn? Nein, ist egal. Kannst du einen für mich jetzt abfüllen? Also, ihr müsst mich... Lass mal ohne Haftbefehl. Komm, wir machen das nicht. Mamux kriegt noch einen. Nein, ich habe jetzt einen geschrieben für ihn und dann kriegt er den auch. Will ich denn? Komm, wir machen das später. Aber erstmal führen wir jetzt mal... Äh... So, ich führe dich jetzt ab. Gamer Sotti. So. Erfreuen uns zu... Strohkopf von Gamer Sott. Ich muss sie jetzt leider abführen. Ich stehe jetzt vor ihrer Haustür. Jetzt kommen sie bitte ohne Gegenwehr raus. Warten sie kurz. Keine Waffen. Sie bitte mal kurz. Weil ich bin... Wo sind sie? Hallo? Bleiben sie stehen. Bleiben sie stehen. Nein! Ich werde mich niemals ergeben! Äh... Natürlich! Und wie sie sich ergeben... Können wir wenigstens gegeneinander kämpfen? Nein. Weil ich schlafe... Echt? Du bist so weit... Nein. Du kannst nicht mit schlagen. Lass mal so machen, dass man sich schlagen kann. Warte, dann musst du da bleiben, wo du jetzt bist. Nein, du musst nicht nach vorne. Nicht nach vorne. Geh nach hinten. Geh nach hinten. Geh mal weiter nach hinten noch. Warum? Na dann mach ich PvP an. Damit es ein bisschen fierer ist. Ansonsten fände ich das doof, wenn du an mir dran bist. Ah, nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Halt FBI! FBI! Keine falsche Bewege. Ha, ich hab sie! Hab dich! Du musst schon stehen. Mein Bein! Oder eher gesagt mein Rücken! Ich hab einen Bogen. Passen sie auf. Ich kann schießen. Ich mach... Ich hab keine Schollen davor, ihn zu benutzen. Wirklich nicht! So, jetzt noch ein Hild. Ah! Mein Rücken! Mein Rücken! Mein Rücken! Mein Rücken! Wir haben PvP auch zu spass! Mein Rücken! Mein Rücken! Nein! Ich höre jetzt einfach weiter vor. Ah, auf die Stimme! Was sie sagt... Ich brauch jetzt so eine Lieder nicht! Au! Au! Ah! Ah! Mann tut das weh! Sie spassi! Ich werd mich aber nie ergeben! So, ergeben sie sich jetzt. Nein! Es... Ja! Ey, könnt ihr... Ich hab mal so eine sezente... Jemals wird sie verhaftet! Halt! 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 Alter, kannst du mal irgendwo stehen bleiben? Ich werd niemals stehen bleiben! NIEMALS! Ich werd bis ans Ende der Welt rennen! Bis ans Ende der Welt! NIEMALS! Ja, aber PvP auch hier auf dem Server! Mit jedem Geticker! Mach's mal wieder an! NIEMALS! 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 Wird niemals aufgeben. Ey, merkt ihr ein, ich hab noch volles Essen. Ich nicht. Hallo. Hallo. Was? Ich hab kein volles Essen mehr. Nein, ich hab volle Essensbalken, mein ich. Ja, aber ich kann den da euch hier und ich hab beide mehr. Also dreißig bitte kurz. Ja, wo ist er jetzt hin? Mann, nicht rauf gucken. Hast du bei mir auch gemacht? Ohhhh. Ja, trank ja mehr. Ich wollte eigentlich über den Glöcke platzieren. Ich werd niemals aufgeben. Doch. Niemals. Komm schon, lass dich langsam mal gefangen. Oh, ich sollte vielleicht mal hoch wieder. Du musst da runtertauchen. Ah, Mamurks greift mich an, Mamurks greift mich an, ich schlag dich mit dem Haftbefehl. Ich schlag dich mit deinem Haftbefehl. Ich werd entkommen, ich geh in diesen heilen Bunker hier. Niemand wird mich fangen, niemand wird mich fangen, ich bin in diesem geheimen Bunker. Lalalalalalalala. Ah, ihr Spasti. Hallo, hinter dir. Wir dürfen nichts abhauen. Ich hab auch nichts abgebaut. Ich hab was herangesetzt. Nämlich, ich hatte immer ne Leiter dabei. Welpwichtig ran haben, welpwichtig ran haben. Ja. Hallo, hinter dir. Jetzt muss man einfach nur stehen bleiben. Näm. 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 Bleib. Na gut. Ich stell mich hier erst schon hin. So, da, warte. Damit sind sie jetzt verhaftet. Ich mach jetzt da oben die andere Rede und lass sie da runter. Ne, Mamurks darfst du runter plumpsen lassen. So, Mamurks. Ja? Kommen sie mal her. Sehr. Typisch. Äh. 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 Ja, äh. Wirds bald. Ich hab noch andere Sachen zu tun. Ey, Mamurks. Hier ist der Falltürschalter. Den muss man betätigen. So. So, stell dich mal richtig auf den Block da rein. Typ. So. Mach den mal lieber rein schlafen. Schade. Diese scheiß Ida-Flieger. Mach den Block mal her. Ja. Hä, wo ist denn hier der zweite? Nein. Wo ist denn hier der Schalter für die Gitter? Nein. Bin ich sterben. Haha. Ihr könnt ihr mich nicht töten. Ihr könnt ihr mich nicht töten. Ey, hör auf zu feuern. Typisch. Du triffst nicht. Du kannst ihn nicht treffen im Moment. Hier, ich pack noch was rein. Das war das Ende. Danke fürs Zusehen, Leute. Das war euer Schuppe dieses Mal. So, und jetzt wird von Wurzloch verhaftet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.